Kapitel 4 Die Zukunft der Legenden Ein Problem, aber wir müssen dorthin. Eure Dränglichkeit kann nicht die Tatsachen ändern. Die Verbindung zwischen unserer Welt und der Wurzelwelt sind allesamt gekappt worden. Genau wie die in die einzig andere Nachbarwelt der Wurzelwelt. Wir alle wissen nicht warum genau. Es gibt nur Gerüchte, dass es manche unserer großen Kämpfer wüssten. Es muss irgendeinen Grund geben. Vielleicht ist die Verbindung durch irgendetwas gestört. Aber egal warum es so ist, ihr könnt derzeit nicht in die Wurzelwelt. Und ich weiß auch nicht wann das wieder gehen könnte. Nun, es war nicht sonderlich überraschend dies zu hören. Nur dass Sol, Flamme und Absol allesamt wussten, weshalb die Reise unmöglich war. Aber sie wussten auch von einer Alternative. Also gut, aber wie steht es mit dem Weltenbaum des Sturmes? Gibt es zudem noch eine Verbindung? Das Gildenmitglied wickte mehr und mehr von diesen Fragen verwirrt. Weltenbaum des Sturmes? Also sowas weiß ich nicht. Wenn, dann liegt es nicht auf unserem Kontinent. Das liegt außerhalb meines Wissens. Für sowas könnt ihr jemand anderen fragen. Jemand anderen ist gut. Wen denn? Kurz zögert das Geradax, entschied sich allerdings letztlich. Also, kommt mit. Vielleicht weiß ich, wer euch helfen kann. Wenn er gerade Zeit hat. Mit Vorsicht folgten die drei Reisenden also dem Normaltypen. Einmal quer durch den Raum. Bis zu einer von vielen Türen. Ohne zu zögern, klopfte er dort an. Worauf er kurz wartete, bis Momente später eine Antwort folgte. Ja, wer ist es? Ich bin Simsala. Geradax. Und was verschafft mir die Ehre? Ich habe hier drei Pokémon, die nach Informationen gefragt haben, die meinen Wissenshorizont bei weitem übersteigen. Ich hatte gehofft, dass du dich kurz um sie kümmern könntest oder sie zu jemandem verweisen, der ihnen helfen könnte. Schick sie mir herein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Tür öffnete sich. Und scheinbar von selber, da weder Geradax etwas tat, noch ein Pokémon sie offen hielt. Trotzdem, nach kurzem Zögern, schritt Flamme als erster voran. In dem Raum, welcher wohl das Büro des Gildenmeisters war. In diesem Raum standen schier endlose Schränke, Regale und vor allem in diesen und auch außerhalb Bücher. Am Zentrum an der hinteren Wand befand sich ein kleiner Tisch, an welchem ein Pokémon bekanntesten Angesichtes saß. Natürlich wusste Flamme, dass dies ein anderes Individuum war, als der Simsala, welchen sie im Weltenbaum des Lunaren getroffen hatten. Aber visuell hätte er die beiden wirklich nicht auseinanderhalten können. Als alle drei eingetreten waren, schloss sich die Tür schlicht wie von selbst. Also dann, ihr drei überfordert gerade meinen Gilden-Kollegen mit euren Fragen? Mir scheint nicht, dass ich euch kenne. Was für Informationen braucht ihr denn? Und weshalb? Weshalb? Wie genau sollten sie nun darauf antworten, ohne jede Chance zu verlieren, hier tatsächlich etwas zu erfahren? Allerdings schien Absol eine bessere Idee zu haben. Im Wissen, dass die Pokémon hier nicht wussten, weshalb überhaupt die Wurzelwelt verschlossen war. Deshalb wäre die Wahrheit nämlich sehr legitim. Nun, die Wahrheit mit Auslassungen. Wir drei kommen von weit weg, aus anderen Weltenbäumen. Wir sind derzeit auf Reise im Auftrag unserer Weltengeister. Sie haben uns geschickt, auch die anderen der ihren aufzusuchen. Deswegen müssen wir die Weltengeister treffen. Auch wenn wir schon erfahren mussten, dass Omegon scheinbar derzeit nicht zu erreichen ist. Aber nun haben wir uns vorgenommen, als nächstes den Weltengeist des Sturmes aufzusuchen, weshalb wir in seinen Weltenbaum reisen müssen. Und nach einer Möglichkeit hierzu suchen wir nun an diesem Ort. Reisende aus anderen Weltenbäumen? Geschickt von den Weltengeistern höre ich selbst? So etwas habe ich bisher noch nie gehört. Dementsprechend wirkt es doch etwas verwunderlich. Aber gleichzeitig sehe ich keinen Grund, euch nicht zu glauben. Ein weiterer naiver Idiot. Perfekt! Allerdings muss ich euch enttäuschen. Die wenigsten unserer Heimat haben jeden Weltenbaum verlassen. Ich selber kenne mich nur mit der Reise innerhalb des Weltenbaumes aus. Da dies ist, was unsere größten Helden taten. Genervt wandte sich Flamme direkt ab. Hier erfahren wir also auch nichts Neues. Also los, soll, ab, soll. Gucken wir woanders. Lass mir doch einen Moment Zeit, Junge. Ich selber habe keine Ahnung von allem, was ihr wissen müsst. Aber ich kann euch genau sagen, wer diese Ahnung hat. Ich kenne ein Pokémon, welches schon in den Weltenbaum des Sturmes gereist ist. Damit hatte sich das Simsala sofort wieder alle Aufmerksamkeit zurückgeholt. Wirklich? Kannst du uns zu ihm bringen? Nein, das werde ich nicht. Dazu ist die Reise zu weit. Diese müsst ihr schon alleine bestreiten. Das Pokémon, von dem ich rede, lebt nämlich auf einem anderen Kontinent. Dem Waldkontinent. Dort lebt er in einem Stamm voller Evoli, als eine der zwei Ausnahmen zur Regel. Sein Name ist Groudon und einst war er selber Weltengeist dieses anderen Weltenbaumes. Was auch der Grund ist, weshalb er die Reise auf sich nimmt. Wenn ihr ihn auffindet, dann wird er euch bestimmt helfen können. Groudon. In einem Stamm voller Evoli. Flamme hatte all dies schon einmal gehört. Also war auch das die Wahrheit? Aber wenn Inferno wirklich die Wahrheit über diese Welt erzählt hatte, dann würde dort doch auch Omegons eigene Ahnen leben. Und so hatte es Geradax gesagt. Es gab Gerüchte, dass die alten Helden dieses Weltenbaumes wussten, weshalb die Verbindung zur Wurzelwelt getrennt war. Das hieß, ihr einziger Weg voran befand sich mitten an jenem Ort, welcher ihre größten Feinde dieser Welt beinhaltete. Und doch gab es einen anderen Weg. Und wie erreichen wir diesen Waldkontinent? Mit dem Schiff. Es erreicht in wenigen Stunden den Hafen und wird morgen in der Frühe abfahren. Es fährt die Route der Helden unserer Gilde. Heißt, dass ihr zunächst einen Trip zum Eiskontinent unternehmen müsst. Anschließend geht es auf in den Wald. Insofern ihr bei Zeiten dort eincheckt, bevor alle Räume besetzt sind, dürft ihr da damit gut zurechtkommen. Und wenn ihr ohnehin zum Schiff geht. Kurz zögerte das Psycho-Pokémon. Bevor es weitersprach. Wenn ihr dort seid, grüßt doch bitte die Kapitänin von mir. Sie verspricht immer, dass sie mich beim Halten des Schiffes hier besucht. Aber meistens hat sie anderes im Kopf und vergisst es dann doch. Alles klar, das machen wir. Danke für die Hilfe. Es ist meine Freude. Unsere Gilde hilft immer, wenn sie es denn kann. Beim Austreten fragte sich Flamme irgendwo, ob er sich eigentlich schuldig fühlen sollte. Wenn er daran dachte, wobei ihnen diese Gilde gerade eigentlich unterbewusst half. Aber letztlich dachte er sich auch, dass es nicht sein Problem wäre. Es war die Schuld dieser Mann hier. Dafür, dass sie jedes Wort für bare Münze hielten. Nicht einmal bereit waren, auch nur ein Wort zu bezweifeln. Also war der nächste Schritt nun zu warten. Dieses Schiff würde bald ankommen. So sagte Simsala. Also, habt ihr noch irgendwas vor, während wir hier warten müssen? Was genau machen wir denn jetzt am besten? Wir müssen uns vermutlich noch ein, zwei Stunden totschlagen. An einem Ort, von dem wir keine Ahnung haben. Beantwortet das deine Frage nicht. Wie genau sollen wir etwas vorhaben, wenn wir den Ort nicht kennen? Also, ich setze mich vermutlich einfach an die Küste und warte auf das Schiff. Der Plan war simpel. Beinahe schon stupide. Und gleichermaßen gab es nicht viele Alternativen. Zumal die Küste für alle drei immer noch ein besonderer Ort war. Also vergingen so die nächsten, äh, zehn Minuten. Wobei schon der Abstieg von der Gilde zum Strand die Hälfte waren. Denn schon so schnell zeigte sich am Horizont der Umriss eines großen Holzschiffes, welches mit stetiger Geschwindigkeit rasch zur Küste segelte. Und das, obwohl kein Wind wehte. Aber diesen Fakt ignorierte Flamme erst einmal. Stattdessen begab er sich mit seinen Begleitern direkt zu jenem großen Steg, welchen sie bereits aus der Ferne gesehen hatten. Wo sonst würde das Schiff auch sonst halten? Kaum war das massige Konstrukt also angedockt, schoben zwei Pokémon ein großes Holzbrett mit zwei Netzen an den Seiten vom Schiff herunter. So, dass dieses auf dem Steg auftraf. Nur Momente danach begann ein paar Pokémon lautstark über diese Brücke an Land zu trampeln. Soll, Absoll und Flamme standen hierbei noch am Anfang des Steges, die vorigen Passagiere passieren lassend, bevor sie selber vorantraten und dieselbe Brücke nutzten, an deren Ende sich die beiden, die sie heruntergelassen hatten, unterhielten. Äh, Entschuldigung, wir werden gern mitfahren. Wir müssen zum Waldkontinent. Eines der beiden Pokémon, welches Flamme stark an den Schmied des Vulkandorfs erinnerte, lediglich kleiner und weniger mit Gummiring ausgestattet, nahm Notiz davon angesprochen zu werden. Äh, ja, okay, geht klar. Braucht ihr drei Kabinen oder reichen weniger? Wenn in eine alle drei von uns reinpassen, dann reicht uns eine Kabine. Jo, das müsste recht locker funktionieren. Für mehr heute zum Schlafen guckt ihr einfach in den Schrank in der Kabine. Da ist noch ein bisschen was drin. Also, eine Kabine von hier zum Waldkontinent kostet dann, während Flamme gerade schon nach Geld kramen wollte, wurde das Barmelin unterbrochen. Lass es bleiben, Barmelin. Die drei übernehme ich. Das orangene Pokémon wandte sich rasch zur Quelle der Stimme um, offensichtlich nicht an einen Spruch denkend. Ei, ei, Kapitänin. Und ihr drei? Das Pokémon blickte das Trio an. Kommt kurz mit, wenn ihr an Bord wollt. Ohne auf eine Antwort zu warten, lief das Pokémon schlicht zwischen den dreien hindurch vom Boot herab. Flamme hatte direkt ein ungutes Gefühl durch diese Interaktion. Simsala hatte ihnen bereits erzählt, dass die Kapitänin des Schiffes anscheinend die Tochter alter Helden war. Dass sie überhaupt auf das Trio reagierte, versprach Unheil. Trotzdem war eine Alternative nicht vorhanden. So, dass sie der Aufforderung und somit auch der Kapitänin folgten. Dieser hatte sich unweit am Strandende des Steges platziert und blickte ungeduldig zu den drei Pokémon. Zwar war auch dieses Luxio kaum größer als soll, trotz ihrer bereits geschehenen Entwicklung. Doch in diesem Moment strahlte sie durchaus eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Also dann, Waldkontinent habe ich da gehört. Darf man ihn fragen, weshalb ihr so dringend zum Waldkontinent müsst? Absol versuchte es simpel. Dieselbe Strategie, die er bereits beim Gildenmeister angewandt hatte. In der Hoffnung, dass wieder Unwissen die Waffe wäre. Wir wurden von unseren jeweiligen Weltengeistern beauftragt, die restlichen Weltengeister zu treffen. Nachdem wir erfahren hatten, dass Omegon gerade nicht zu erreichen, es hat uns Simsal einen Hinweis gegeben, dass auf dem Waldkontinent ein Pokémon lebt, das uns sagen könnte, wie wir dann weiter zum nächsten Weltengeist-Tundil reisen können. Wir sollen übrigens Grüße vom Gildenmeister ausrichten. Die folgende Reaktion war vieles. Doch definitiv nicht überraschend für Flamme. Schöne Geschichte, Absol. Jetzt nur die Frage, glaubst du das tatsächlich oder lügt ihr alle drei mir ins Gesicht? Gelogen ist davon kein Wort. Höchstens für die Ohren mancher durch Auslassungen beschönigt. So nennt ihr das also? Dann wollen wir endlich Klartext reden, weil der ist simpler. Omegon hat mich gewarnt, damit ich es an meine Familie weitergeben kann. Er hat davon erzählt, dass zwei Feuer-Pokémon hier auftauchen würden. Die sind darauf aus, es sind diese Welt und den gesamten Weltenbomben zu zerstören. Er hat zwar nichts von einem Unlichtmon gesagt, aber das scheint mir irrelevant. Also, die Lage ist simpel. Entweder ist das gerade ein riesiger Zufall und ihr seid nicht die, vor denen mich Omegon gewarnt hat. Oder ihr seid es. Und euch sollte klar sein, in beiden Fällen kann ich keine Verantwortung dafür auf mich nehmen, euch auch nur einen Fuß auf mein Schiff setzen zu lassen. Wir haben nichts getan. Du kannst doch nicht einfach Reisende von deinem Schiff verweisen. Der einzige Weg der Reise zwischen Kontinenten. Auf Verdacht, dass wir etwas mit einer Verschwörung zu tun haben, die du selber nur vom Hören sagen kannst. Also wollte Absol irgendwie versuchen, mit Worten aus dieser Situation herauszukommen. Flamme fand die Idee lächerlich. Genauso wie die angesprochene. Und ob ich das kann? Gerade wenn es sich um so eine Lage handelt. Was denkt ihr, wer ich bin? Denkt ihr wirklich, ich wäre so leicht zu verarschen? Dumme Lügen ändern nichts. Tja. Dann blieb wohl nur noch eine Option. Gewalt. Zumindest in Flammesgedanken. Wie wäre es dann mit der Wahrheit? Wäre es denn bereit, uns zumindest anzuhören, warum sich ein Haufen normaler Mon auf den Weg machen sollte, einen Weltenbaum zu zerstören? zum nächsten Mal. Zumindest in Flammesgedanken. Vielen Dank.